Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, Alter. Ich weiß gar nicht, wie das geht, die Scheiße. Ich habe Knossi erwischt. Was erwischt? Wo hast du mich erwischt? Der hat links getiltet, links oben, nach unten genommen. Ich habe weder erst mal noch mal Verständnis, wie das Spiel geht, die Noob-Karte kennen wir alle. Es ist nicht die Noob-Karte. Ich bin einfach durch das Spiel gelaufen. Das ist so die Noob-Karte, holy shit. Willi ist nach links gelaufen, Sidney. Willi ist nach links gelaufen. Skipp, skipp, skipp. Links da. Da ist mein Noob-Karte. Jetzt klauen wir. Oh, Knossi. Oh, Knossi. Oh, Knossi. Ich weiß nicht mal, wie man wählt. Ich habe Map-Base-Gan. Kommt Map-Base-Gan. Ich habe Map-Base-Gan. Ich habe nicht verstanden, Alter. Die sagen hier, ich hätte irgendjemanden umgegeben. Was ist das für ein Bullshit, Alter? Mute, mute, mute. Ja, 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 ja. Hier irgendwas machen, Chad? Ich weiß nicht mehr, wie es ging, Chad. Schon so lange her kann ich hier irgendwas sabotieren oder sowas? Verstehe ich nicht, Alter. Bring den um, Alter. Ich wüsste, Alter, wo die Aufgaben sind. Ich habe es schon zu lange nicht mehr gespielt. Hier ist einer. Oh, ja. Edna. Boah. Der ganze Urlaub. Also, Mo legt Lower Engine. Ich war mit Eldos und mit Sydney rechts. Und dann, als die Lichter ausgehen, dann sind wir runtergelaufen Richtung Storage, haben die Lichter angemacht, haben dort noch Omed getroffen und dann sind wir raus und Sydney und ich haben links, Sydney und ich haben links dann ein Ding gesehen. Okay, können wir jetzt erstmal den Move machen und Sydney kicken, weil Mo schon tot ist? Ja. Achso, ja. Was mich kicken, wieso wollt ihr mich kicken? Es macht Sinn. Einer von den beiden war zu Mo ist tot, mein Freund. Eigentlich ist es dumm bei 7 zu voten, wenn halt jetzt ein falschen Killen ist halt vorbei. Ja, ich kann dir nur sagen, ich habe nichts verstanden, außer dass ich eine Kreditkarte wieder durchgezogen habe, wie der Clip vor drei Jahren. Ah! Bringt ihr mich um? Habt ihr denn irgendeinen umgebracht? Hey, Knöckchen! Hey, Knöckchen! Hast du ihn gesehen? Ist er sass, Jens? Mir ist scheißegal. Ich bin einfach hier rumgerannt im Spiel. Sascha, bring die um, Alter, die Ratte! Lock den rein! Geh da rein, Eldo, Eldo! Scheiß doch was da drauf! Bring den um! Bring die Drecksau um! Hör mich im Jenseits! Jawoll! Hau da ab! Dreckssau! Ein Drecksspiel vor dem Herrn, sagt Ehrlichkeit! Ein absolutes Drecksspiel! Jooll! Okay. So, Eldos, ich dachte schon Sascha ist tot. Ähm, ich war im Admin-Panel, hab gesehen, dass jemand relativ lange in Reaktor stand und bin dann hingelaufen. Währenddessen ging der Alarm an und ich hab dann, also ich bin hingelaufen, weil ich eine Leiche vermutet hab und hab Eldos gefunden. Schwierig, weil ich hab, ähm, ich wollte grad den Code eingeben und Sascha ist halt da gewesen. Wenn man jetzt zur Cafeteria wenden könnte, dann wärs, ja. Ich hab Angst vor Omid und Sascha. Wenn Jens safe war, dann können wir schon mal sicher froh sein, dass er nicht mehr irgendwelche Aufgaben hat. Aber du hast ihn verteidigt, oder nicht? Ne, ich hab ihn, ich hab ihn verteidigt. Ich hab ihn nicht verteidigt, weil ich gedacht hab, er wär einfach los. Aber anscheinend war das er. Ich will Sascha, Digga. Wir sind sowieso nur noch einer. Ja, wow! Cooler Vote! Ich geb, ich geb, ich geb! Freestyle Vote! Kein Ding! Freestyle! Freestyle Votes! Ich trau das jetzt! Freestyle! Wendy ist nicht da und trotzdem Freestyle Votes! Ich brauche, Coach! Ich hab ihn diesem Hund das mit dabei. Ich hab ihn auf, ich selbst ihm weiß, ich habe ihn aufs. lamaierend sein. Ich hab ihn meine. Ich hab ihn richtig gekauft. Ich will das mit dem Hund, das mit dem Hund, dass ich ihn so vertraubt habe. Ich hab ihn toe. Ich hab ihn durch. Ich hab ihn vor. Ich hab ihn erwähnt. Das war's für heute. Ich bin in Admin reingelaufen, Sydney und Kev waren da, einer hat Haas gemacht, einer stand dumm da und einer stand so dumm da und hat sich nochmal korrigiert, weil er gesehen hat, dass ich reingekommen bin. War ich Adderstar? Ja, wo lag die Leiche? Als ob wir ihn da killen machen. Die Leiche war einfach unten. Die Leiche lag schon 10 Sekunden da. Wenn du an den Kabeln stehst, dann siehst du das nicht. Ich könnte glauben, dass... Willi was? Ich glaube, ich auch. Ich finde auch, dass es vielleicht ein kill ist, Self-Report. Und jetzt sagt es so Kev, wenn du das Kev in die Schule nicht. Aber Sascha, es könnte doch auch sein, dass Kev und Sydney beide Imposter sind. Kev hast du vor mir gesagt. Dann wenden die doch. Ja! Das kannst du dich verteidigen, als ob die dann killen und einfach stehen. Kev hast du vor mir gesagt. Keine Ahnung mehr. Ich war in Electrical, habe da meine Tasks gemacht, bin jetzt in Admin rein und habe aber keinen anderen gesehen außer dich. Aber da wendet man ja weg. Warum soll er dann die Aufgabe dann machen? Auf einmal glauben wir haben das gute in den Menschen. Vielleicht wollte er gerade rauslaufen und hat sich da oben hingestellt. Keine Ahnung. Der ist safe für die Runde. Wunderbar. Hier ist wunderbar. Hier ist wunderbar. Komm zurück, du Ratte. Komm hier eine rein. Ich sag nichts. Scheiße. Optimal, Alter. Komm rein. Oh scheiße. Ich steh einfach hier. Achmed. Da gehe ich mit. Mit ein Achmed. Mit ein Achmed gehe ich mit. Mo Auba. Gleiche rechts beim Gang bei Navigation und Opu da die Mitte. Sascha kann entgegen von Storage da, Storage Communication Shield diesen Gang. Ja. Ich hab den Download gemacht in Communications. Bin dann links Deutsch rein. Da haben wir uns noch gesehen. Ganz knapp. Weil die Lichter raus waren. Und das war's. Und das glaub ich dir nicht Sascha. Ich bin in den Cafeteria reingelaufen. Ich bin in den Cafeteria reingelaufen. Und Knottisch stand da wieder das größte Falschgeld. Ja, weil ich die Karte... Nee. Hör doch zu. Ich hab die Karte aufgerufen, weil ich jetzt erstmal verstehen will, wo die Haken blinken. Welche Aufgabe ich mache. Weil ich jetzt erstmal... Ich glaub, ich stand in der Cafeteria. Wen soll ich da gekillt haben? Wo war denn die eure Leiche? Ich war in den Camps. Ich bin in den Camps. Und habe etwas für mich entdeckt, wo ich mir ziemlich sicher bin. Was denn? Edus. Aber warte mal ganz kurz. Du hast mich als erstes gekillt. Aber wie kommst du jetzt darauf, dass ich das war? Erzähl. Ich glaub doch, Edus hat den Admin als erstes starten. Bruder, du warst... Ich war an den Camps. Ja, ja, Bruder, ich erzähl. Ich war rechts an den Camps. Ich war in den Camps. Du warst admin kurz, bist runter gegangen und ich hab dich bei O2 wieder gesehen. Und da warst du die einzige Person drüben. Ich war Cafeteria am Ende links oben bei den Cables. Geht auf Eldos. Geht auf Eldos. Nö, ich geh nicht. Ich geh auf Sascha. Ich geh auf Sascha. Ich hab gescapt. Ich hab gescapt. Ich hab gescapt. Ich geh mit. Ich geh mit. Äh, ich hab... Wie heißt das? Map-Base-Game, by the way. Omid, wen hast du gewählt? Ich hab Eldos gewählt. Okay. Okay. Ich schwör's auch... Achso, jetzt darf man nicht mehr reden, ne? Und ohne Schwärmen, by the way. Kein Problem, Alter. Ich mach' hier hinten, mach' ich Aufgabe. Komm' schnell mit mir, Corey. Corey, Altemir. Komm' mit mir. Komm' nicht mit mir, Blatt. Kein Problem, Alter. Ich mach' alle kalt. Ich seh' nur eine Kamera, Blatt. Boah. Äh... Ich war gerade in den Camps, wollte dann zum Admin-Panel switchen und hab' Willi in Storage gefunden. Anfang Storage Richtung Electrical. Das war eine Sekunde aus Admin rausgekommen. Also der Kill ist richtig frisch. Richtig frisch. Und nochmal, 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 nochmal. Wo genau liegt die Leiche? Anfang Storage, wenn du von Electrical kommst. Dann war's Homet oder Knossi. Wieso soll ich's denn gewesen sein? Ich mach' Cart 어떻, wie willistan da raus? Und eine Sekunde, ich war CartBit fertig mit 2. Und dieなるほど oder dann geht's. Ich hab mir einen Cam. Ihr habt doch gesehen, dass die Camps geblinken haben. Sage Sascha, war's und fertig. Ich war in den Camps, hab' Sascha sogar gesehen, dass der Matb reverby reingelaufen ist, wollt' dann zum Admin-Panel switchen, halt, um da zu checken, wo jeder ist, und hab' auf dem Weg halt, willingnesses. Warum geht Knossi mir ganz license für Sascha? Ja, das ist wahrscheinlich nicht. Das war so ein zwischenmenschiges Ding, das war schon in letzter Runde auch so. Weil Sascha sagt, ihr müsst doch mal so überlegen, warum redet Sascha so komisch und ruhig? Der redet nicht so. Ich hör einfach zu, Dicker. Ich kenn ihn, ich kenn ihn einfach, als Mensch. Sidney war's. Wow, 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 Jens, bitte noch die Aufgabe. Jens, ich weiß, das ist schwer, aber mach, 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 mach. Ich mach, ich mach. Wir sind so fünf gegen eins, alles entspannt. Hab ich's geschafft? Hab ich gut gelogen? Jetzt stimmt der. Wer, wer, wer hat ne große Fresse? Wer hat ne große Fresse? Wer hat mich, der hat mich geschützt eigentlich. Denk ich, der war okay. Wer war ne Drecksau? Am besten ist irgendwo, wo ne Klappe ist. Da einen Abgang machen, Alter. Hier ist so ne Drecksau. Komm, dann soll er gehen, Alter. Mir ist scheißegal. Komm, lauf mir doch mal einer entgegen hier. Mal einer entgegenlaufen jetzt hier. Gegen so einen Hampelmann, dass der sieht, dass ich hier bin. Bleiben. Oh, da sind sie alle weg, Alter. Lauf mir hinterher. Wunderbar. Die ganze Meute mir hinterher, Alter. Sascha. Wunderbar. Wunderbar. Haben sie mich gesehen? Ich weiß von nichts. Ähm. Kurall? Sascha hab ich gesehen. Was hast du denn gemacht, Kurall? Ich hab Sascha grad noch laufen sehen. Warte mal, warte mal. Stopp. Wer sagt denn grad, was ich gemacht hab? Ich? Kev. Beschuldigst du mich grade? Das ist richtig, ja. Ja, raus mit dir. Hä, was ist das denn? Kev, hab ich auch mal alleine wandern sehen. Ich will, ich will, also ich, du bist das für mich, deswegen frag ich, was du machst. Ich bin fertig. Schon länger. Jens? Ich hab alles gemacht, ich hab vielleicht nicht alles gemacht, ich bin rumgelaufen, aber ich hab irgendwas, ich hab schon ein paar bisschen gemacht. Okay. Knossi, ne? Wieso soll ich's denn sein? Wie kann ich's denn sein? Erklär mal, bitte. Sag mir mal, wie ich's sein kann. Knossi, Knossi. Wir gewinnen sowieso. Knossi, Weltschaufgaben was gemacht? Ich hab gemacht, wo du diesen Zeiger... Das kannst du ihn doch nicht fragen. Hör doch zu, natürlich kann ich's mich fragen. Ich hab diesen Zeiger in die Mitte auf die gestrichelten Linien gesetzt, ich habe Kabel zusammen gebunden und ich habe vorhin auch eine Kreditkarte manövriert. Okay, warte mal, ich hab eine Frage. Wenn ich in der Runde, also entweder haben Sidney oder Kev den schnellsten Kill ever gemacht und Sascha, ich chill die ganze Zeit mit dir. Ich hab Sascha gerade in dem Spiel getroffen. Ich hab mir echt leid, Bro. Es sieht schlecht für dich aus. Es ist Knossi, sag ich. Sidney sagt, das bin ich, ja? Okay, dann soll er mir hinterherlaufen. Ist hier, ist hier ein Bunker? Soll er gehen, Alter, ist mir scheißegal, da riskiere ich's auch. Knossi ist in den Bett gesprungen. Jens, Statements? Stopp, Sascha, ob du's mir glaubst oder nicht. Einmal auf Deutsch? Ich hab wirklich das Gefühl, dass Kev gerade... Ja, warte mal, ich weiß. Okay, okay, Sascha, hör zu, Sascha, hör zu. Okay, hör zu, hör zu, hör zu, hör zu. Hör zu, hör zu, hör zu, hör zu. Hör zu, hör zu, hör zu. Ich kann's euch erklären. Ich war in den Camps, hab dann dort Sidney und noch irgendjemand reinlaufen sehen. War das einer von euch, Sascha und Corey? Nein, ich stimmt, Sascha waren zu. Okay, dann war's Jens, dann bin ich rüber, hab gecheckt. Ich war nicht bei Sidney. Dann war da niemand, dann war da niemand, dann bin ich weiter rechts gelaufen, wollte erst nach oben zur O2 den Alarm ausmachen, hab dann gesehen, der ist ausgegangen und bin dann runtergelaufen mit Admin, hab dann gerade Jens in Ben springen sehen und hab die Leiche an dem Pin-Ding reported. Okay, ey, Cora, ich hab das Gefühl, schau mal. Das Ding ist... Ey, Sascha, das stimmt nicht, Sascha! Es stimmt nicht! Warte mal, Warte mal, Jan, bitte, mein Ohr. Sascha, was schon mal safe ist für diese Runde, dass wir beide safe sind? Das ist entweder Kev oder Knossi. Aber die Frage ist halt, wer? Digga, als ob Jens, als ob Jens zwei Bandkills macht. Jens ist gerade on God, Jens ist in Band gesprungen. Okay, ich kann's nicht vorstellen. Dann soll Jens sagen, was er die Runde gemacht hat. Jens, hast du das gemacht? Ich war rechts unten. Wer ist mir über den Weg gelaufen? Wer war das? Sascha? Doch, Sascha, du warst es. Du bist der Schwarze. Wo war der Kehl? Ja, in Admin. Jens hat doch gerade aber gesagt, dass er in Mad Bay mit Sidney war. Ich war nicht... Nein! Ich war nicht mit Sidney. Ich hab Sidney gar nicht gesehen. Guck, 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 guck. Hä? Ich hab's gerade gesagt, vor 20 Sekunden. Sascha, ich hab dich gesehen. Du bist der Schwarze mit noch irgendeinem Laufen. Wir haben uns gekreuzt. Kurz bevor dieses X kam. Oder nicht? Keb, ich muss nicht voten. Das wär zu krass. Ey, sonst ist TG an, Jens. Sonst ist TG der Allerbeste. Sonst ist TG jetzt. Ey, ihr trollt! Ihr trollt! Sonst ist jetzt der Allerbeste. Ihr trollt for real! Holy shit! Sascha, du hast fett getrollt und ich will, dass du's weißt jetzt. Ich will, dass du's weißt. Dass du krank getrollt hast. Und Koray, du auch. Versagerblatt. Achso. Gott sei Dank ist Jens scheiße, Alter. Danke. Danke. Gott sei Dank ist Jens scheiße. Ich konnte... Ja, was? Warum bin ich scheiße? Nein! Ey, lass es jetzt für ne Runde, bitte. Ich bin so verwirrt. Ey! Ey, lass es jetzt für ne Runde, bitte. Ey! 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 Ey, Sascha, du bist so ein Knecht. Ey, was ich gerade für einen Puls hatte beim Alarm, ne? Weil ich wusste, dass der Killkull dann hat. Ich vertraue niemanden vor euch beiden. Das ist das Problem. Weder dir, Koray. Warte mal, warte mal. Willst du mich verarschen? Wir waren gerade nur alleine zusammen oben rechts. Und der Kill war unten bei Admin. Da waren nur Knossi und, äh, hier, Cap. Okay, ja, stimmt. Du hast recht. Jens hat... Jens... Jens, also... Was, Jens? Was? Sascha? Lolle, es ist vorbei. Sascha? Was, willst du mich verarschen, Alter, Sascha? Bist du blöd? Ey, guck mal, ich würde, wenn der mich angelogen hat. Ey, guck mal, ich würde, wenn der mich angelogen hat. Ey, ich konnte nicht drücken. Was ist denn das für ne Scheiße? Wieso kann ich den nicht umbringen? 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 Ey, Sascha, kann ich auch mal was sagen? Hallo, kann ich auch mal was sagen? Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Hallo, kann ich auch mal was sagen? Ich hab nicht verstanden, warum ich am Ende niemanden killen kann. Was ist denn da? Ey, das hat gechockt. Ey, das hätte ein bisschen warten müssen. Sonst hätte ich's... Ey, da konnte ich nicht... Es tut mir wirklich leid. Erklärt ihm das doch kurz. Ey, ich hätte dich umgebracht. Es ging nicht, ich konnte nicht klicken. Es ging nicht. Ja, ja, das ist so. Das ist so. Aber ich hab diese Sekunde nicht einberechtigt am Anfang. Und nochmal will ich euch sagen, ich kann dieses Spiel gar nicht. Nur, dass ihr wisst, auf welchem Level ihr eigentlich spielt, wenn ich's nicht kann. Ist aber besser als Edith. Ich diskutier da auch nicht lange, ne? Wer ist denn noch der andere Killer? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Oh, scheiße, Sascha. Verdammte Scheiße, alter Sascha. Die Ratte. Der kann doch nicht. Der ist da ein Fähigfestspiel. Welche Drecksaubern wir hier mal abmorgsen, alter? Diese ganzen jungen Drecksmultimillionäre. Kotzen mich alle an. Komm mal her, Koray. Hier rein will ich. Wo ist der Ventilator? Äh? Ich bin abgesperrt. Hä? Hat Sascha gemacht. Was hilft's mir, wenn da keiner ist, alter? Ja, was hilft's mir? Sascha macht Tür zu. Murks den ab. Dieser Drecksau. Murks den weg. Ich hau ab. Murks die Drecksau weg. Ich geh hoch, ich mach Alibi. Den nehm ich auch noch mit, alter. Weg. Hier kam ich, von da kam ich. Wo? Kein Plan, alter. More Upper Engine links oben. Unter der Task. Wollen wir mal kurz darüber reden, wie schlecht die Imposter sind? Ja, ja. Upper Engine links oben? Knossi? Ich war unten links. Wir sind Leute mit mir gewesen, alter. Eh, lieber auch unten links. Wo wart ihr denn unten links? Ich doch nicht. Äh, Lower Engine. Ich hab aufgefüllt den Kanister quasi halt. Die, was auch immer. Mach mal Skipper, mach mal Skipper. Die sind scheiße. Willi willst wissen was, alter. Wo ist denn der? Wo ist denn die Drecksau? Sascha, mach den weg. Wer ist denn der? Eldorado, alter. Den hab ich ja noch nie gehört. Ja, ja, ja. Aber jetzt kommt er mit Sascha wieder über den Weg, alter. Hau doch ab, alter. Vielleicht hat er schon irgendwo einen gekillt und ich bin's Arschloch. Sascha, ich fahrs doch nicht mit Türen. Sascha, hau ab, alter! Ich will den Willi, willst wissen, alter. Ist mir scheißegal. Wer jetzt hier reinläuft, ist weg. Zu langsam. Zu langsam. Bring den um. Bring den Sido um. Ich lauf weg. Omed, Willi, kann ich leider nicht umbringen. Was denn? Knossi? Ja, Knossi ist gewinnt. Nein. Was bin ich? Mein Digga, ich hab's auch schon gesagt. Ja, ja, Willi, wir waren doch zusammen. Ich hör mal kurz mein Alibi, damit ihr hier nicht wieder... Ja, ja, ja. Ich war mit Willi an den Camps. Ähm, auf einmal, ich hör nur diesen Tür-Sound. Das Tür zu ist. Ich guck einfach mal, ne, was da los ist. Auf einmal seh ich, äh, ich geh so zur Tür, aber ich seh rechts, äh, diesen Schatten von Vend by Mad Bay. Ich denk mir so, weil wir waren an den Camps. Ich so, äh, Knossi ist doch in Mad Bay gegangen. Dann geh ich runter in Electric Kill, ich guck, wer steht da und macht eine Task. Ich glaub, Knossi hat doch erst einen Kill gemacht, links zu. Hä? Aber ey, also, du meinst mit Vending diese, die Kisten rein. Bin ich nicht. Ja, ja. Ne, aber bin ich nicht. Bin ich nicht. Leute, es ist Knossi, und der zweite, der da einen Touristenschein hat, ist ein bisschen unsympathisch. Ja, wie komm du drauf? Warte mal, warte mal, warte mal. Wegen der Tür, wegen der Tür am Anfang. Enttäusch'ne. Die hatte gesagt, wie war denn der erste One schon zu Score, certainty. Was für kleine Call ist das? Die Tür am Anfang ist schon immer, die War off'ources, aber, die Matte war keiner zu, die Machen zu. Diese sind blame! J recognised bin ich so dumm, das ist so dumm. Ngars, ich hab's gesagt. Die Tür am Anfang geht zu. Entweder ist das Sascha deutlich. Jens, du kannst es verboten, ja. Nein, aber Alter, aber ey, ich bin, ich bin weder irgendwo, auf einmal bin ich, also das heißt, das heißt ganz kurz, an Eldos, Koray, Sidney, Eli, Mo, Kev, äh, nicht Kev, sondern Jens, Omet, ihr könnt die Tür am Anfang zumachen, damit ist schon mal Kev oder ich, Sass, Easy Kev. Aber ich bin halt, ey, ich konnte halt, ich hab, ey, aber das war wirklich voll gelogen, weil ich nirgends rein und raus kann. Das hat doch gelogen oder nicht, Chad? Ich hab echt nichts gemacht, Alter. Der Stream snipet uns. Ich schwör das. Ich hab nichts gemacht. Ja, genau, schick mich damit. Ja, Depo, ja. Hör auf. Hör auf. Willi, der muss weg. Ja, mein Süßer. Na, mein Lieber. Na, mein Allerwester, mein Jutze, mein Allerwester, mein Allerwester, mein Allerwester, mein Allerwester, mein Allerwester. War's ein Hammer, wie hast du das gemacht? Das war eine AK-47. Ich hab gewartet, ich hab alles dicht gemacht. Ich stand auf dem Band, ich dachte, komm, springst du jetzt in den Band oder nachher? Ja, da bist du nicht reingesprungen. Ich hab gewartet, dass du reingespringst. Ich wollte, ich wollte, dass du in Security reinläufst, dass ich dich machen kann, dass ich reinspring, wieder rausspring und dann... Digga, vier Runden, Knossi waren drei Runden. Super Crewmates. Super Crewmates. Ey, Jungs, dann back das Spiel. Ich bin da wirklich nicht gewendet. Ich hab keine Tür aufgemacht, nichts. Ja, doch, ich hab gesehen, Sascha und Knossi waren beide bei Madway, dann bin ich für mich schnell und Knossi war da. Aber ich bin nicht gewendet oder irgendwas. Ja, aber Sascha war da, dann war da halb recht. Wo war ich? Dann hab ich dich auf dem falschen Fuß. Ja, Mann, ey, voll unnötig. ALGE 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 Bis zum nächsten Mal.